So, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Redenzeit und wer unser neues Konzept kennt, der weiß, wir haben ganz, ganz sicher einen mega interessanten Gast und den haben wir auch schon an der Leitung. Kirill, ehemaliger Kandidat von Prinz Charming der ersten Staffel und ich begrüße dich, Kirill, wie geht es dir? Hi, erstmal herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich, ein Teil von der heutigen Sendung zu sein, von eurem Podcast. Ja, das war eine sehr, sehr spontane Aktion, aber trotzdem bin ich ja froh, dass ich heute ein Teil davon sein darf. Wie es mir geht, mir geht es gut, würde ich sagen. Also ich kann mich auch nicht beklagen. Wie geht es dir? Mir geht es auch wunderbar. Ich freue mich auf unser Gespräch und ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen im Vorgeplänkel geschrieben. Wir haben durch die aktuelle Situation ja ein wenig mehr Zeit, aber da, wir haben schon rausgefunden, wenigstens haben wir dann ein bisschen mehr Freizeit, um solche Dinge wie diesen Podcast ja aufzunehmen. Und ja, ich bin super gespannt, was wir die nächste Stunde oder wie lange das auch immer wird, das sehen wir dann, was wir da alles so erfahren. Für mich ist das auch oder für uns alle ist das auch so, sage ich mal, ein sehr interessantes Thema und ich denke für die Hörer da draußen auch. Ich glaube, für die ganzen Hörer da draußen und allgemein, das ist auch sehr spannend, weil ja, das ist mein erstes, überhaupt mein erstes Interview, was ich hier jetzt mal geben würde mit eurem Podcast. Okay, krass. Eine Ehre, eine sehr große Ehre. Wie auch dem sei, also es könnte auch eine Ehre sein, es könnte auch mal für die meisten Zuschauer ein Schock sein, weil im Grunde genommen, die wissen ja nicht, wer Kirill ist. Die kennen nur Kirill aus dem Fernseher, aus den jeweiligen Folgen, was es überhaupt vorgestellt wurde. Richtig, ja. Ja, und heute bin ich auch dafür da, um sämtliche Fragen auch zu beantworten. Ja, mega. Wir haben schon einige rausgesucht, wir waren fleißig am Recherchieren natürlich und ja, ich kenne den auch, nur den Kirill, aus dem Fernsehen, aus YouTube. Bei meinen Recherchen habe ich ja viel, viel gesehen und ich sage mal so, deine Rolle in der Show, Prinz Charming, war ja schon sehr aufsehenerregend dann. Aber dazu kommen wir gleich. Was ich jetzt gerne nochmal ganz am Anfang machen würde, das habe ich schon wieder fast vergessen vor lauter Gelaber. Wir haben so, wir haben so einen Brauch, dass der Gast entscheidet, welches Intro wir abspielen. Wir haben sechs verschiedene Intros und dazu muss man jetzt einfach nur eine Zahl sagen zwischen eins und sechs und dann spiele ich kurz das Intro ab, dann haben wir das auch hinter uns. Im Moment spielt sich sowieso in meinem Kopf die Zahl 3, weil die für mich auch etwas wichtig ist für die nächste Zeit, deswegen würde ich auch die Zahl 3 nennen. Perfekt, Moment, es kommt. Willkommen zu Redenzeit mit VoltoCut. Was für ein Intro ist das denn? Ja, ein richtiges Late-Night-Show-Feeling haben wir hier. Ja, wir haben sechs wunderbar produzierte Intros, die sind einer bescheuert als das andere, aber ja. Klang das am Ende wie ein Löwe? Ne, das war Chewbacca. Kennst du Chewbacca von Star Wars? Dieses fällige Pelz-Teil? Ich glaube schon, aber von Namen her jetzt nicht so ganz der Star Wars. Ja, das ist so ein Charakter in Star Wars, das ist so, ich weiß nicht, ich bin selber kein Star Wars-Kenner groß, aber das ist eben so ein Fell-Alien-Dingsbums und das gibt immer solche komischen Laute von sich. Das haben wir irgendwann mal angefangen. Stimmt, stimmt, stimmt. Also es sieht ja so aus wie Bigfoot oder so, würde ich jetzt bezeichnen, oder? Ja, genau. Und das gibt immer so Laute von sich und wir haben irgendwann mal angefangen, das hier in der Show immer zu droppen und seitdem ist es fester Bestandteil unserer Intros. Ja, aber nicht wundern, einfach hinnehmen. Nee, kein Ding, passt, passt. Sehr gut. Ja, bevor wir jetzt wirklich anfangen, möchte ich nochmal ganz kurz für alle da draußen, die gar nicht wissen, um was es genau geht, möchte ich mal einen ganz kurzen Abriss, so wie ich das verstanden habe, leisten. Korrigier mich bitte, wenn ich irgendwas Falsches sage. Also, du warst bei der Sendung Prinz Charming in der ersten Staffel und die wurde 2019 ausgestrahlt, richtig? Ja, das ist richtig. Und so wie ich das verstanden habe, war die ja erstmal nur online verfügbar oder auf TVNOW, glaube ich, und dann hat es so viel Erfolg, dass sie dann auch ins FreeTV kam. Ist das auch richtig oder habe ich da falsch recherchiert? Nee, das ist richtig. Also, ich kann jetzt nicht so im Großen und Ganzen im Namen von der Produktion mich jetzt auch äußern, aber es war definitiv geplant auf TVNOW online und dadurch, dass die Sendung auch so einen Riesenerfolg auch hatte, wurde dann im Nachhinein auch auf VOX ausgestrahlt im Folgejahr, also quasi in 2020 ja das beste Jahr. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Ja, naja, perfekt. Da haben die Leute auch Zeit zu gucken gehabt. Und genau, aktuell läuft ja die zweite Staffel, oder? Genau. Ja, aktuell läuft die zweite Staffel, aber da bin ich nicht so vertraut mit der zweiten Staffel. Da habe ich mich komplett irgendwie distanziert davor. Distanziert, okay. Genau, okay, perfekt. Also, das war schon ein bisschen her und du hattest jetzt wahrscheinlich auch Zeit, das alles mal zu verarbeiten. Und wie du schon gesagt hast, du hast dich ja noch gar nicht groß geäußert. Also, ich habe auch noch gar nicht viel gefunden im Internet, muss ich sagen. Man hat dann eben diese typischen YouTube-Videos, die dann eben nach der Show, wo ihr da alle nochmal aufeinander getroffen seid und irgendwelche YouTuber, die da irgendwas spekuliert haben, gesehen. Aber so viel mehr gibt es gar nicht von dir, wie du ja schon gesagt hast. Und für alle nochmal da draußen, wer Prinz Charming nicht kennt, im Endeffekt ist es, korrigiere mich, ist es wie der Bachelor, aber für homosexuelle Personen, oder? Genau, also, die Show ist ja so konzipiert, ungefähr so wie der Bachelor oder Bachelorette, in dem ist auch die erste Sendung Deutschlands. Bin mir nicht sicher, ob es auch europaweit war, aber zumindest für den deutschen Raum war die erste Sendung Prinz Charming für Homosexuelle und ist genauso konzipiert wie die Bachelor oder Bachelorette. Aber der Unterschied ist, dass man da nicht eine Rose bekommt, sondern eine Krawatte. Stimmt, das habe ich, genau, stimmt, eine Krawatte, genau. Und wie viele Personen waren denn da eigentlich am Anfang? Also, wie viele Kandidaten, weißt du das noch? Oh Gott, also ich glaube, das waren 19 Kandidaten und insgesamt mit dem Prinzen dann 20. Also, bin mir nicht mehr so ganz sicher, es ist schon ein Jahr her, aber 19 ist irgendwie so eine Zahl in meinem Kopf. Okay, okay. Und dann geht es darum einfach, wer jetzt auch den Bachelor nicht kennt, also das denke ich jetzt mal nicht, dass das die Leute nicht kennen, aber ich sage es jetzt nur nochmal der Vollständigkeit halber. Da gibt es eben Kandidaten, es gibt einen Prinz Charming oder einen Bachelor, wie auch immer man das nennen möchte und die Kandidaten buhlen quasi sozusagen um seine Aufmerksamkeit. Oder man guckt halt, ob sich da eben im besten Fall ein Paar entwickelt oder Gefühle entwickeln und es wird dann jede Sendung einer rausgewählt oder nur eine oder mehrere? Einer, ne? Je nachdem, wie die jeweiligen Kandidaten sich irgendwie präsentiert haben oder etwas zurückhaltender waren oder nicht die Gelegenheit hatten, auch den Kontakt aufzunehmen zu dem Bachelor, also zu den Prinzen. Da muss ich mich jetzt selber korrigieren, Bachelor, Prinzen. Ja. Aber ich glaube, die Leute werden jetzt das verstehen, um was es geht. Ja, ich denke auch. Also ich glaube, dass... Jetzt im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt so im Kopf, da ich ja ein paar Folgen von den alten Staffeln von der Bachelor oder Bachelorette auch mal angeschaut habe und da habe ich nicht so im Kopf, dass die Männer oder die Frauen auch so kämpfen um die eine oder um den einen. Ich glaube, das ist, glaube ich, eher mehr so ein neues Konzept hier mit Prince Charming, weil ich freue mich, die ganzen Kandidaten, die kämpfen um den Prinzen einfach die Aufmerksamkeit zu bekommen und ja klar, es gibt ja so einen Spruch, wer first come, first get. Ja, richtig. Dazu fällt mir ein, ich habe da auch so ein, zwei Szenen von dir gesehen, wie du auch ohne Rücksicht auf Verluste, sage ich jetzt mal, versucht hast, da die Aufmerksamkeit zu bekommen. Das können wir jetzt gleich nochmal, gleich nochmal thematisieren. Sehr gerne. Aber um mal in das Thema einzusteigen, wie, was war denn der Grund, wieso du dort, hast du dich dort beworben oder wurdest du angesprochen für die Sendung oder wie kamst du denn überhaupt dazu, dort Kandidat zu werden? Also, ich glaube, jetzt mit dieser Frage werden sich dann einige Fragen nochmal herausstellen, wenn ich jetzt mal loslege, die im Nachhinein, glaube ich, auch so vorgesehen sind. Erstens, ich wusste überhaupt nicht, dass es so eine Show produziert wird. Ich wurde ja angesprochen von einem Freund von mir, der auch für die Produktion oder auch für RTL mitgearbeitet hat, da er auch eine eigene Agentur hatte, also auf jeden Fall selbstständig. Und er wusste ja auch meine Geschichte, also er wusste, woher ich komme, er wusste auch, womit ich zu kämpfen habe in der homosexuellen Welt überhaupt allgemein. Es ging auch um die sogenannte Selbstakzeptanz, also das sind so tiefe Themen, wenn ich jetzt damit anfange, dir auch zu erzählen, glaube ich, die Zeit wird uns nicht reichen. Aber allgemein, er hat mich auf jeden Fall aufmerksam gemacht auf die Show und meinte, jetzt ist deine Zeit, also jetzt musst du aus deinem Schatten springen, jetzt musst du da auf jeden Fall mitmachen, jetzt musst du auch zu dir stehen. Und ob es mir der große Liebe klappen wird im TV oder bei der Sendung, das ist jetzt natürlich nur dir überlassen und es wird so, wie es wird. Okay, also war das auch so eine Art, also ich nenne es jetzt nicht Coming Out, aber es war so eine Art, dich auch mit deiner Homosexualität auseinanderzusetzen, auch so ein bisschen ein Grund? Also klar, also ich würde sagen, ja, aber ich habe mich selber akzeptiert schon die letzten, würde ich sagen, so fünf Jahren. Nun, ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie auf den Stirn sich irgendwie so ein Schild aufkleben wird und durch die Gegend laufen wird. Hey, ich bin schwul, ich bin schwul, ich bin schwul auf gar keinen Fall. Also ich bin stolz, dass ich mich selber akzeptiert habe und ich weiß, es ist auch schon von den eigenen Ländern oder Kulturen oder Legionen, es gibt auch Menschen, die damit immer noch zu kämpfen haben. Und besonders aus meinem Land, Bulgarien, es ist ein kongervatives Land. Es hat sich auch einiges verändert, seitdem Bulgarien in der EU ist. Also vor zehn Jahren war es tatsächlich immer noch sehr schlimm, dass man nicht darüber reden wollte. Also zumindest in der Großstadt, in der Hauptstadt, da hat sich schon was kristallisiert, aber in den kleinen Vororten oder irgendwelchen Dörfern da, oh Gott. Ja, das ist ja oft so, dass es da noch ein bisschen ursprünglicher zugeht. Aber ich würde sagen, das hat sich im Serien-Positiven auch verändert. Mittlerweile, klar, die EU-Rechte sind auch vorhanden in Bulgarien. Wenn Bulgarien auch in der EU auch mit diesem Teil da ein Teil sein möchte, müssen auch diese Rechte auch zu den ganzen Homosexuellen auch präsentiert werden. Und ja, es haben sich mittlerweile Clubs, Bars auch getraut, die auch eröffnet worden sind. Mittlerweile gibt es die letzten zwei Jahre auch eine schwule Parade, so wie ich mitbekommen habe. Da habe ich so die News da verfolgt. Und irgendwo mittendrin, so in meinem Körper, da gibt es so einen Teil, was sich wirklich so freut. Weil diese Menschen müssen auch so eine kleine Coming-out haben und sich trauen und denken, das ist ja keine Krankheit oder man sollte sich jetzt davon nicht schämen. Von daher bin ich schon irgendwie so ein bisschen stolz. Wann bist du denn, also wann bist du denn nach Deutschland gekommen? Nach Deutschland bin ich mit 18 gekommen. So ungefähr 2005, 2006. Ja, 2005, 2006. Die Leute können jetzt selber rechnen, wie alt du bist. Aber ich habe ja kein Problem zu sagen, wie alt ich bin. Ja, manchmal hat man das ja so. Also, weiß ja nicht. Also ich bin, ich kann es auch ganz laut sagen, ich bin 34. Ah ja, das ist ja noch in der Blüte des Lebens. Findest du? Ja. Ich bin 31, ich muss das sagen. Ich muss das sagen. Dann habe ich schlechte Laune. Nee, also da hast du recht. Für mich sind die besten Jahre ab 30. Also je nachdem, in welcher Hinsicht man das auch betrachten möchte. Ich möchte jetzt nicht mehr wieder 20 sein. Ich möchte nicht mal 25 sein. Obwohl, okay, körperlich, wieso denn nicht? Aber mit dem Verstand vom Jetzt. Ja, das stimmt. Körperlich wäre auch immer wieder dabei. Habe ich auf jeden Fall mehr weggesteckt noch in dem Alter. Ja, aber okay, gut. Das heißt, du wurdest angesprochen, um in die Show zu gehen. Also so ein bisschen als, ja, um dich selber so ein bisschen zu, wie soll ich sagen, für dich selber sich damit auseinanderzusetzen und so ein bisschen das auch an die Öffentlichkeit damit zu gehen, oder? Also damit ich endlich mir diesen Thema abschließen kann, weil meine Familie wusste ja nicht, besonders auch meine Eltern, meine Schwester, also da sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben, die wussten das nicht. Die wussten nicht, dass du homosexuell bist oder die wussten nicht, dass du zur Show gehst? Beides. Ah, okay. Ich hatte auch sogar die letzten Jahre etwas meinen Kontakt auf Stil gelegt mit meiner Familie. Meine Eltern, die wohnen ja nicht hier, die wohnen in Bulgarien, meine Schwester wohnt in Italien, also wir sind irgendwie so verstreut. Und ja, das hat mir definitiv den Mut gegeben. Also es war eine lange Überlege hin und her, hin und her, ich war mir nicht sicher, aber am Ende habe ich mich doch entschieden. Also ich wurde ja empfohlen, aber trotzdem bin ich ja durch das ganze Prozedere, die ganzen Castings auch durchgegangen und am Ende hat es doch geklappt, dass ich auch ein Teil davon sein durfte. Okay, aber das krasser Schritt, also krass großer Schritt, das natürlich ist so auf eine Art und Weise, die richtig, ich sage mal, mit dem Hau drauf haben wir geoutet dann vor deiner Familie, sage ich jetzt mal, ne? Im Grunde genommen, die haben das nicht mitbekommen. Ach so. Nee, die haben das am Anfang überhaupt nicht mitbekommen. Nur vielleicht ein Teil von ein paar Cousinen, die irgendwie so mitbekommen haben, dass irgendwas passiert gerade auf meinen Social Media. Da haben die immer so nachgefragt, nachgefragt, was los ist, was los mit mir ist, wieso so die Castings gegangen und es hat dann geklappt, dass du teilgenommen hast und sagen wir mal, du hast ja, wenn ich mich recht irre, nicht recht täusche, wollte ich sagen, fünf Folgen mitgemacht, richtig? Ja, also ich war bei den ersten fünf Folgen, ganz genau. Genau, bei den ersten fünf Folgen. Und wie ist das so, also wo wart ihr denn da? Ihr wart da in so einer Villa, ne? Also wir waren in einer Villa in Griechenland, also mittlerweile, glaube ich, ist es auch kein Geheimnis mehr, das war auf Kreta. Ja, genau, das habe ich gesehen. Und da ist ja alles, also wie man sich das so vorstellt, überall Kameras, alles verkabelt, sage ich jetzt mal. Und dann habt ihr dort alle in der Villa gewohnt und hattet dann eben immer die Chance, eben bestimmt auch so Einzeldates eben mit dem Prinzen, sage ich jetzt mal, zu erspielen oder zu gewinnen. Ja, also ganz genau, ganz genau. Also es war, also nicht so fast alles verkabelt, aber Mikrofons waren ja fast überall, wir selber müssten auch Mikrofons tragen, Kameras waren auch an jeder Ecke, also tatsächlich fast an jeder Ecke, außer im Bad. Ja, das war nur an einer gewissen Stelle, wo man nicht so wirklich alles sehen durfte. Ja, okay. Auf deiner Frage, Entschuldigung nochmal, auf deiner Frage mit Einzeldates, wie meinst du danach nochmal? Also beim, ich sage jetzt mal, beim Bachelor ist es ja so, dass dann die Kandidaten eben durch irgendwelche Geschichten die Chance haben, solche Einzeldates mit dem Prinzen, mit dem Bachelor bei Bachelor zu bekommen. Warum war das jetzt bei euch genauso, dass ihr da irgendwie, ich weiß nicht, ob es gab es da Challenges, die ihr gewinnen musstet, um Einzeldates zu bekommen oder wie seid ihr an den Prinzen rangekommen? Also es war vom ersten Tag, von der ersten Nacht, alle Nächte, die der Prinzen immer bei uns war, waren die sogenannten Gentleman Nights und es waren auch die entscheidenden Nächte, wer wie viel Aufmerksamkeit dem Prinzen gegeben hat oder wer welche Absichten hat mit dem Prinzen und je nachdem, der hat sich immer so entschieden, vielleicht am nächsten Tag, entweder mit einer Message oder per Brief, wer bei den Challenges mitmachen würde und aufgrund dessen, wenn man auch bei Challenges entscheidet sich natürlich ja der Beste, der gewinnt, gewinnt auch ein Einzeldate mit dem Prinzen oder klar, wenn sich irgendwas entwickelt, je nachdem, entscheidet sich auch direkt, auch spontan, dass am nächsten Tag der, der oder die Person direkt einen Einzeldate mit dem Prinzen hat. Okay, okay. Und wie ich recherchiert habe, hattest du ja auch, sag ich mal, deine Zweisamkeitszeit mit dem Prinzen und dann war es ja so, dass es sich so verhalten hat, dass du ja am Ende, ich nehme jetzt mal einen Spoiler vorweg, mit einem anderen Kandidaten das Haus verlassen hast. Wie es dazu kam, das machen wir jetzt gleich, aber meine Frage davor wäre noch, wie war das mit dem Prinzen, also hat es da nicht gefunkt bei euch oder wie kam das dazu, dass du dich eben in einen Kandidaten, ich sage jetzt nicht verliebt, aber dass da eben ein Techtelmechtel stattfand, das können wir jetzt ja gleich nochmal besprechen, aber an sich ging es ja um den Prinzen und ihr hattet ja auch irgendwie Zeit zusammen und dann war das ja, dann der Kandidat wohl ein bisschen interessanter am Ende. Wie kam das dazu? Okay, jetzt muss ich mir überlegen, woher soll ich denn jetzt anfangen? Ich weiß es nicht, was du mal gesehen hast, sagen wir zumindest bei meiner Teilnahme, hast du schon alles vom Anfang gesehen? Also ich habe Ausschnitte, ich habe Ausschnitte, also ich habe solche Zusammenfassungen gesehen auf jeden Fall und dort habe ich eben gesehen, dass du ein Date mit diesem Prinz hattest und ich glaube, ihr habt euch auch geküsst gehabt, richtig? Ja, aber du hast ja nicht gesehen beispielsweise der Einzug in das Haus, also in die Villa. Nein, das habe ich nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen. Und allgemein, wie der erste Abend, die Hauptverlaufung ist, klar, so. Also, ja, also ich würde jetzt mal so die Kurzfassung geben. Ja. Ja, als ich eingezogen bin in die Villa, vom ersten Moment sah ich schon fünf bekannte Gesichter und besonders das, was du auch angesprochen hast mit demjenigen, mit dem ich ja später im Nachhinein auch ausgestiegen von der Sendung bin. Man kannte sich auch vor der Show. Ah, okay. Und ich habe es vermutet auch, dass er da auch teilnehmen würde und meine Vermutungen haben sich auch bestätigt, auch an dem Tag, wo ich angezogen bin. Okay. Ich fand den Prinzen interessant am Anfang. Ich war aber auch derjenige, der nicht sofort sich reingestürmt hat, sondern ich habe erst mal gewartet, bis alle mal dran waren und erst dann habe ich alles auf den Punkt gebracht und klar, da habe ich mich auch schon vorgestellt. Zum Einzeldate mit dem Prinzen kam es. Wir wurden ja eingeladen bei so einer Challenge im Wasserpark. Also dieser Wasserpark wurde ja extra nur für uns angemietet und da müsste man auch erraten, ganz on top. Der Prinz war ja unten im Pool und hat ja auch auf uns gewartet und mit dem Megafon hat uns ja Fragen gestellt, die musste man ja mit falsch oder richtig auch beantworten und in die jeweilige Röhre einfach so reinhüpfen und mit Vollgas nach unten. Es war ja sehr überraschend auch für mich, die Fragen, die auch gestellt wurden, haben die meisten Kandidaten ja auch nicht richtig beantwortet und ich war derjenige, der die Frage richtig beantwortet hat und somit bekam ich ja automatisch ein Einzeldate mit dem Prinzen, was auch nicht geplant war, weil es war auch geplant für, eigentlich das Date war geplant und dann mit uns allen sechs, glaube ich, waren wir, genau. Aber ja, dann war ja mein Glück. Hast du das Rennen gemacht auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, mit dem Prinzen. Ich würde sagen, am Anfang hat es doch etwas gefunkt. Es war definitiv eine Erfahrung und ich habe es mir auch sehr zur Kenntnis genommen, aber im Nachhinein, weil es wurde ja zu dieser Sendezeit, weißt du, man hat ja noch nur bestimmte Sendezeiten, was es überhaupt im Fernseher oder Online-Fernseher gezeigt wird. Es wird ja nicht gezeigt, was es davor oder danach passiert ist. Ja, das wird ja dann auch wieder geschnitten und alles. Gewisse Situationen werden ja so dargestellt, dass man überhaupt mal keine Ahnung hat, was davor passiert ist und es wird dem Zuschauer einfach nur gezeigt, wo es wirklich brennt oder wenn jetzt irgendwie, irgendwie was los ist. Ich glaube, das ist vielen Zuschauer tatsächlich nicht klar und die sehen nur, dass es auch was gezeigt wird. Was muss ich ehrlich sagen, im Nachhinein nach der Show, es hat mich nicht traurig gemacht, es hat mich irgendwie auch nicht irgendwie so runtergezogen, aber ich habe mir nur dann die Fragen selber gestellt. Wow. Also wenn das wirklich wahr wäre, dann ist unsere Gesellschaft allgemein, nicht nur in Deutschland, aber ich spreche jetzt weltweit, ist die Gesellschaft sehr manipulierbar, weil man glaubt nur an Medien und dass immer was präsentiert wird. Richtig, ja. Also würdest du sagen, also man hört das ja ganz oft gerade von ähnlichen Formaten, dass sich dann im Laufe der Sendung quasi wie solche Rollen entwickeln, also für die einzelnen Kandidaten und diese Rollen, sage ich mal, dann irgendwie auch bis zum Ende der Show von der Produktion, also ich will jetzt niemandem was unterstellen oder so, aber das hört man ja immer oft, dass das dann quasi, dass man dann so in diese Rolle gedrängt wird. Und wenn du der Bad Boy bist der Gruppe, aber dann wird das so geschnitten, dass du auch immer der Bad Boy bleibst, blöd gesagt. Also würdest du sagen, hattest du da so ein bisschen das Gefühl, dass man es da so ein bisschen, dass es da einzelne Rollen gab, die dann irgendwie so forciert wurden, so darzustellen oder? Also da bin ich jetzt kein Insider oder möchte auch nicht unbedingt ein Spoiler sein, der gewisse Äußerungen hier mitteilen würde, aber im Endeffekt kann ich jetzt nur von mir, also von mir sprechen, dass ich, ich hatte keine Rolle, ich war ich. Und warum es so dargestellt wurde, kann ich es mir nur so erklären, weil ich war mein eigener Team. Also ich habe jetzt zu niemandem dargehalten und ganz ehrlich, das ist auch eine Sendung, das ist auch eine Show. Die Menschen möchten ja sehen, dass es da nicht so 19 oder 20 Männer so wirklich ja alle miteinander so klarkommen, alle sich gut verstehen und jeden Tag Plätzchen oder Kuchen oder was weiß ich noch. Keiner würde mehr einschalten, dass ob ich das irgendwas für eine Sendung so für alte Umas und Opas und wir erzählen uns über Gott und die Welt auch alles. Man möchte ja ein bisschen Drama sehen. Ja klar, aber das ist ja das Nonplusultra. Deswegen sind ja auch immer, werden ja auch so viele verschiedene Charaktere da reingecastet. Die zielen ja darauf ab, dass es da Reibungen gibt oder eben Action in welcher Art auch immer, dass natürlich das Ganze interessant bleibt. Aber selbstverständlich. Also am Anfang, am Anfang, also ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit TV, aber war mir jetzt nicht so ganz bewusst, wenn man direkt bei so einer Sendung jetzt, dass es wirklich so eskalieren wird. Und ja, ich war ja nicht und wenn es mir irgendwas nicht gepasst hat, dann habe ich das auch direkt mal angesprochen. Also ich finde noch ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, dass sehr viel, sehr viel wurde ja nicht ausgestrahlt. Und was mir so aufgefallen ist mir persönlich, dass es nur gewisse Kandidaten da immer Sendezeit hatten und der Rest wurde irgendwie vergessen. Naja, da gab es ein paar Hauptcharaktere auf jeden Fall. Habe ich bei meinen Recherchen auch gesehen. Also die da halt echt immer sehr oft gezeigt wurden. Aber das waren auch die, die in irgendeiner Art und Weise natürlich sich auch irgendwie herausgestellt hatten, durch irgendwie Radau machen oder wie auch immer. Ja, aber ich denke, das ist relativ normal bei solchen Sendungen. Da gibt es immer die, die so ein bisschen mehr im Hintergrund bleiben, weil die irgendwie eben nicht so viel abliefern wie die anderen. Und dann wird sich halt darauf konzentriert. Ja, ganz genau. Ich hatte ja nur ganz kurz dazu, ich hatte ja mal beispielsweise, ich hatte ja mal Tage, wo ich überhaupt nicht aktiv war und ich wollte überhaupt mit niemandem da kommunizieren. Ich glaube, einen Tag oder zwei Tage hatte ich so, wo ich den ganzen Tag im Bett verbracht habe. Ich wollte einfach nicht aufstehen. Okay. Also dann warst du an den Tagen wahrscheinlich nicht der Hauptakteur des Zusammenschnitts dann, ne? Ja, weil wenn man sich wirklich zurückziehen möchte, das ist glaube ich der einzige Weg. Man bleibt einfach im Bett und möchte mit jemandem reden. Punkt. Aus Ende. Wie lange warst du denn insgesamt dort, bis du gegangen bist? Also meistens vom Tagen her. Ja, also die Dreharbeiten quasi. Wie lange warst du da in Griechenland dann? Ich war 14 Tage da. 14 Tage. 14 Tage davon. Ich glaube von 18 waren das, 18 oder 19. Ah, okay. Okay. Und ja, um jetzt nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Du hast ja gesagt, okay, zwischen dir und dem Prinzen hat es am Anfang vielleicht ein bisschen gefunkt, aber hat nicht so ganz, die Flammen haben nicht ganz gelodert, sage ich jetzt mal. Und dann hat es sich ja so entwickelt, dass du dich quasi mit dem Martin, heißt er richtig, sage ich mal, in der Show angenähert hast. Wie kam es denn dazu? Also du meintest schon, ihr kanntet euch schon davor. Also war das irgendwie liebestechnisch davor oder einfach nur Bekannte oder wie kam es dazu? Okay, jetzt, ich werde die Frage jetzt so beantworten. Erstens, warum es nicht gefunkt hat mit dem Prinzen, im Nachhinein habe ich für mich selber festgestellt, obwohl ich versucht habe. Also ich war schon ein bisschen geflasht, tatsächlich. Und da haben wir zu mir selber gesagt, Kirill, du musst jetzt mal Mühe geben und versuchen. Vielleicht wird es was, aber da gab es auch so eine Situation, wo tatsächlich nicht gezeigt wurde, was davor passiert ist und was danach. Mit einem von den Kandidaten, was es mir so vorgeworfen wurde, dass ich da irgendeinen Zettel oder einen Brief oder keine Ahnung auch mal nachgemacht habe und auch mal kopiert und geschrieben habe, den Prinzen. Was aber viele von den Zuschauern nicht gesehen haben, dass ich wurde gefragt, ob ich mithelfen kann und ich auch mal nachgefragt habe, ob ich mal nur einen Satz schreiben darf. Und in meinen Augen der jeweiligen Kandidaten möchte ich jetzt auch keinen Namen benennen, weil ich möchte auch keine Werbung für diese Kandidaten machen gerade. Diejenige sagt mir in die Augen, dass alles in Ordnung ist und dann geht der im Nachhinein und liefert so eine... Okay, ich wollte jetzt ein Wort sagen, aber du weißt was, ja. Kein Problem, wir sind hier nicht im Kinderfernsehen, ich kann es alles sagen. Naja, der liefert einfach so eine Scheiße ab und dann dachte ich mir, okay, okay, ist das dann dein Ernst gerade? Du sagst mir in die Augen das, aber im Endeffekt gehst du hinter meinem Rücken und reißt es so aus, dass ich das auch gemacht habe. Und danach habe ich diesen Kandidaten auch mal angesprochen im Nachhinein. Naja, er hat sich ja so verhalten, als ob es nicht gewesen wäre, da dachte ich mir, oh mein Gott. Naja, okay, so viel dazu. Da ging es um diesen Liebesbrief, wo du gesagt hast, das habe ich auch gesehen gehabt, da hatte er einen, nur ganz kurz für die, die es nicht mit... Also ich habe das so verstanden, ein Kandidat hat sich viel Mühe gegeben, einen Liebesbrief an den Prinzen zu schreiben und du... Also es wurde dann zumindest so dargestellt, dass du dann auch auf die Schnelle einen Brief geschrieben hast, den noch einparfümiert hast. Naja, naja. Und den quasi auch abgegeben hast und dann wurde sich da kontrovers drüber geäußert, ob das jetzt okay war, weil der andere sich so viel Mühe gegeben hat und du jetzt da dazwischen fungst. Also so wurde es dargestellt. Es wurde ja so dargestellt, aber ich kann es mir selber nicht erklären, warum das auf einmal so ein heißes Thema war, weil derjenige hat mich ja gefragt, ob ich mal seinen Brief falten kann und so und dies, das, der Prinzen hat es erkannt, dass es auch die gleichen Falttechniken hatte, also diese zwei Zettel, die ich so selber auch gefaltet habe. Und ich habe es echt nicht verstanden, warum das so eskaliert ist und warum überhaupt alle so scharf drauf waren. Aber ganz ehrlich, ich hatte auch zwei Kandidaten von der Sendung, den einen kannte ich nicht, aber den anderen kannte ich und das war natürlich der Außerwählte von dem Prinzen, der im Nachhinein auch gewonnen hat. Ich habe es nicht verstanden, warum es solche Kandidaten gibt, die so viel Hass auf irgendetwas haben, so viel Neid und so viel sich einfach einmischen in einfach das Gemachte von einem anderen Kandidaten. Da sage ich mir, okay, also naja, ich muss das jetzt nicht verstehen. Manche Menschen interessieren sich gerne, was die Mitkandidaten oder allgemein andere Menschen haben oder tun oder vom Aussehen oder keine Ahnung was, kann es mir echt nicht erklären. Ja, aber kann ich verstehen, okay. Also das heißt, da wurde dann viel davor und danach nicht gezeigt. Selbstverständlich, ich fand es einfach nur schade. Für mich nicht, weil ich muss ehrlich sagen, das ist mir sowas von scheißegal. Nur die Zuschauer wurden damit anvertraut und dann dachten, okay, es ist einfach so passiert. Naja, die kriegen natürlich dann ein gewisses Bild von dir, ist ja klar. Und letztendlich ist das Ganze eskaliert nur wegen dieses eines Kandidaten. Aber naja, egal. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt weiter. Wie kam es zu Martin? Zu Martin. Wir kannten uns mit Martin tatsächlich so ein bisschen vor der Show, da ich so ein bisschen mitbekommen habe, wofür er in Köln war. Hatte ich mal auch kennengelernt, online auf einer gewissen Plattform. Man hat auch eine gewisse Zeit miteinander auch mal kommuniziert und ja, irgendwann, also es ist ja nichts passiert, haben wir uns einfach aus den Augen verloren, weil die Zeit näherte sich auch und ich hatte auch sehr viel zu tun mit Arbeiten und Sachen vorbereiten, er wahrscheinlich auch auch. Und ja, irgendwann kam auch der Tag, wo wir dann natürlich nach Kreta geflogen sind, klar. Ja, mit uns beiden, es hat sich ja etwas tatsächlich kristallisiert zwischen uns beiden, weil im Endeffekt, wenn man auch kein Einzeldate hat oder irgendeine Challenge, bleibt man ja 24 Stunden in dieser Villa und somit lernt man auch am besten die Kandidaten kennen und intensiver auch. Ja, macht Sinn. Er war ja auch mein Bettnachbar. Wahrscheinlich wurde das auch so gemacht, dass wir absichtlich in einem Bett auch schlafen müssten und ich konnte nicht wirklich mich immer so entspannen, wenn es so viele Persönlichkeiten in einem riesen Raum zusammenschlafen, vom Lärm, vom Schnarchen her, von was weiß ich noch. Und irgendwann ging ich immer in die Küche dann zu schlafen. Martin kam immer im Nachhinein und so wurden die ersten Gespräche so intensiver. Er merkte auch dann irgendwann, dass ich auch zu niemandem gehalten habe und irgendwie hat sich mit uns beiden was entwickelt. Und dann, er hat sich ja von mir geöffnet von solchen Seiten, die man eigentlich von ihm nicht kennt. Wir hatten so gewisse Codespielen da mit ihm gehabt, was es natürlich nicht ausgestallt wurde. Okay. Und ja, irgendwann, ich kann dir nicht was, also wirklich beschreiben, was das war, aber zwischen uns beiden, da kamen irgendwelche Gefühle, irgendwelche neue Gefühle, die wahrscheinlich er auch nicht wusste, wie man mit dem Mann umgeht. Ich ja genauso. Aber es war ziemlich interessant, weil es war wie Feuer und Flamme, gerade so in dem Moment da. Und dann, glaube ich, das war die Nacht auch davor, wo, also wir haben dann die letzten Zeiten sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und die Nacht davor wurde ja ein bisschen kuschelig. Dann habe ich irgendwie so mitbekommen, dass die anderen Kandidaten irgendwie so über uns die ganze Zeit im Fokus sind, dass wir das Thema waren. Und ja, dann quasi an dem Tag, wo ich mich entschieden habe, die Show zu verlassen, hatten wir auch ein kleines Techtelmechtel. Also ja, das war der sogenannte Kuss in der Küche. Der wurde eigentlich moderiert zwischen mir und Martin und noch von zwei Kandidaten. Einer war so wieder quasi wie ein Anwalt, einer wie ein Moderator. Und deswegen kam es auch dazu. Die haben uns alleine gelassen. Und ja, dann kam es zu diesem Kuss. War es nur der Kuss oder wart ihr auch im Bad, wo keine Kameras sind? Nein, also wir waren tatsächlich auch im Bad oft miteinander. Ich habe ja Zähne geputzt, er war auf der Toilette oder umgekehrt. Aber es ist im Haus. Es ist tatsächlich nichts zwischen mir und Martin auch passiert. Okay. Und so hat sich das dann entwickelt. Du sagst, aber wie du schon sagst, also die Kandidaten untereinander verbringen ja wahrscheinlich viel mehr Zeit miteinander als mit dem Prinzen dann im Einzeldeck. Gab es da auch andere Kandidaten, wo sich sowas angebahnt hat? Hattest du da was beobachtet? Oder wart ihr da die Einzigen, die so ein bisschen ein Flirty unterwegs waren miteinander? Ich glaube schon. Es gab ja zwischen zwei anderen Kandidaten am Anfang schon bei der ersten oder zweiten Nacht, glaube ich, war es im Bett, was ich so mitbekommen habe. Da möchte ich jetzt nicht so wirklich ins Detail gehen, weil das ist ja deren Sache. Dann im Nachhinein, was ich auch absolut nicht irgendwie mitbekommen habe, zwischen zwei anderen Kandidaten auch, die komplett aus, sagen wir, einer aus Bayern, einer aus einem anderen Land kommt, also einem anderen Land, was ist mit Deutschland grenzen. Okay. Und die waren, glaube ich, im Nachhinein auch ein Liebespaar dann dieses Jahres oder für eine kurze Zeit. Also schon, es gab, glaube ich, Kandidaten, die auf andere Kandidaten so scharf waren, weil, also wir sind ja 19 Männer da. Und ja. Ja, ist ja eigentlich auch logisch. Ist ja logisch, man ist ja begrenzt, man hat ja nicht so eine gewisse Normalität, was man im normalen Leben hat, wenn man so im Freien ist. Und ich glaube, weil wir alle aufeinander so gestellt waren, klar, da hat sich immer zwischendurch immer was entwickelt. Ja, richtig. Also ich sehe das auch voll logisch an. Also ich meine, klar, man hat ja viel weniger, also wenn man das auf einen Einzelfall runterrechnet, hat man ja viel weniger Zeit mit dem Prinzen dann an sich. Und da ihr ja quasi, da das ja quasi eine Show für Homosexuelle ist, ist es ja anders als jetzt zum Beispiel beim normalen Bachelor, wenn da jetzt nur Männer, die aber heterosexuell sind, auf eine Frau warten. Aber die können ja mit sich selber nichts anfangen. Das ist ja schon ein Unterschied. Da muss ich wirklich jetzt lachen. Ja, du hast recht. Wenn man sich das so mal überlegt, die haben ja echt eine Arschkarte gezogen. Das ist halt eher viel besser. Tatsächlich, tatsächlich, weil die können nichts miteinander anfangen, außer vielleicht irgendwo unter der Decke dann sich mit selber zu bespielen. Richtig, ja. Und sich kloppen oder so. Aber sonst, okay. Ja, deswegen war es ja auch so interessant hier für die Zuschauer, weil dann waren Männer im Haus, die auch miteinander auch was anfangen könnten. Ja, richtig, ja. Das bringt eine ganz neue Variable ins Spiel, natürlich. Okay, und das heißt also, mit dieser Aktion habt ihr ja quasi schon für viel Aufsehen erregt, ist ja klar. Und jetzt zu dem Punkt Aufsehen erregen. Also wenn man sich so diese ganzen Interviews oder die ganzen, sag ich mal, Behauptungen so im Internet anschaut, dann wird ja immer wieder gesagt oder dir unterstellt, sag ich mal, dass du das Ganze quasi wegen dem Fame gemacht hast, um irgendwie dort eben Aufmerksamkeit zu erregen und dann gemerkt hast, okay, mit dem Prinzen irgendwie läuft das nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe oder kriege ich nicht genug Aufmerksamkeit auf meinen Charakter und dann mache ich jetzt halt irgendwie ein Eklat oder was Aufsehen erregt und schnappe mir einen Kandidat. Also jetzt mal ganz stupide ausgedrückt, so wird das so ein bisschen dargestellt immer. Was sagst du dazu? Ja, also du hast ja gesagt, du bist ja da nicht unbedingt in die Sendung gegangen, um jetzt der nächste Influencer der Welt zu werden, oder? Oh Gott, also ich erst mal danke für diese Frage. Ich muss wirklich nur schmunzeln oder auch lachen für diese Frage, weil... Ich habe jetzt alle Klischees bedient, die ich im Internet gefunden habe. Ja, also ich stehe wirklich drüber und wirklich, das macht mich nur zum Lachen, bringt mich so zum Lachen, weil das ist nur alles, was ist ja nur aus den Medien irgendwie so als Stempel da, die ja so abgegeben wurde, aufgrund von so, wie du dargestellt wurdest und aufgrund wie andere Kandidaten, ich sage mal jetzt auf gut Deutsch, auf meinen Nacken durch Skandal und durch irgendwelche Beleidigungen oder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, was da in den Raum gesetzt haben und somit haben die Leute dann das und dies auch geglaubt. Ach, der Kirill ist jetzt da, nur um berühmt zu werden. Ach, der Kirill ist nur jetzt da, um vielleicht nur so Profit zu haben und dann der nächste Influencer zu werden. Oh mein Gott, dann dachte ich mir, Leute, jetzt, jetzt, nach einem Jahr, wirklich nach einem Jahr, würde ich jetzt mal so sagen, für die Zuhörer, die jetzt auch bei dieser Sendung sind, von deinem Podcast auch und an allen Zuschauern und an allen Menschen, man hat es auch gesehen, nach einem Jahr, wer auf was wirklich jetzt geil war, würde ich so sagen, auf Fame, auf Skandalen, auf noch mehr Werbung, auf noch mehr Social Media und da frage ich mich auch, ob diese Menschen sich mal gefragt haben, hm, wieso hat denn man auch von Kirill nichts mehr was gesehen? Wieso hat denn man eigentlich von Kirill nicht mehr was gehört? Nö, also ich habe mich entschieden nach dieser Sendung, für die Erfahrung erstmal bin ich sehr, sehr dankbar, es war eine megatolle Erfahrung, aber ich habe mich zurückgezogen, weil an erster Stelle das nicht so wirklich für mich war. im Nachhinein sehr viele, sehr viele positive Kommentaren, sehr viele auch private Messages habe ich auch erhalten, aber gleichzeitig auch natürlich auch ein bisschen Hate und da musste ich hier nur wirklich lachen, wieso Menschen einfach dich mal grundlos beleidigen, aufgrund dessen, was es so gesehen oder gezeigt hat, wo der Skandal durch irgendeinen Kandidat gemacht wurde und habe das Ganze auch ignoriert. Ich habe es wirklich ignoriert, habe mich zurückgezogen, ich habe sogar für eine gewisse Zeit auch mal Account deaktiviert gehabt oder im Nachhinein auch meinen Namen von meinen Social Media auch verändert habe, weil ich wollte mich überhaupt damit nicht beschäftigen. Ich wollte einfach es so lassen, wie die Menschen was so gesehen haben oder gelesen haben, weil es war überhaupt nicht mal meine Welt. Ja, ich glaube viel anders, also viel besser kann man damit, glaube ich, auch nicht umgehen, weil sonst, wenn man sich da, also bei diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal, bei diesen ganzen Internet-Trollen, umso mehr man sich rechtfertigt für etwas, glaube ich, umso mehr rasten die auch aus. Muss ich auch nicht. Nee, musst du ja auch nicht. Ich glaube, keine Antwort, es ist auch eine Antwort. Ja. Von meiner Seite würde ich jetzt so sagen, ich war da, tolle Erfahrung, ich habe versucht, es hat mit einem oder dem anderen nicht geklappt. Dann ist es nicht für mich gewesen, dass ich da die große Liebe oder allgemein die Liebe begegnen werde. Aber was ich von dieser Sendung mitgenommen habe, war der Mut, endlich mal mich von meiner Familie zu outen. Und das ist das größte Geschenk, was es mir letztes Jahr und im Übergang dieses passiert ist. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar, weil ich endlich dieses Gefühl, diese Last von, oh, was wäre, wenn, oh, meine Mutter, oh, mein Vater, oh, meine Familie, dieses bedrückende Gefühl habe ich nicht mehr. Diese Last habe ich nicht mehr. Ich laufe mittlerweile in der Öffentlichkeit und kann wirklich aufatmen und ausatmen, ohne irgendwelche schlechten Gedanken zu haben. Und dafür, oh, wirkliches unbeschreibliches Gefühl, kann ich es einfach nur weitergeben an Menschen, die wirklich den Mut haben, bei der Familie sich zu outen. Aber natürlich aufgrund von irgendwelchen jetzt Umständen können das nicht, klar, müssen sich genau überlegen, ob das für mich ist, was die Konsequenzen danach sind, werde ich welche Konsequenzen haben oder nicht oder einfach zu sich selber stehen. Und wenn man keine Unterstützung bekommt von der jeweiligen Familie, da muss man einfach durch. Hat es deine Familie denn gut aufgenommen, also im Allgemeinen? Also ich habe erst mal bei meinen Cousinen mich geoutet, also bei ein paar Cousinen, die schon etwas Verstand im Kopf haben. Und das war der erste Schritt, wo ich so warm aufgenommen wurde und die haben mir sogar noch mehr Mut gegeben. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja, dann war meine Nichte, die war auch der Schlüssel zu meiner anderen Nichte und zu meiner Schwester. Und dann bei meiner Schwester habe ich Rotz und, also wie ein Wasserfall, Rotz im Wasser geheult. Rotz im Wasser geheult. Rotz im Wasser geheult. Und sie meinte jetzt mal, beruhig dich erst mal. Ich habe jetzt eine Frage. Stirbst du? Bring dich irgendetwas um? Kommst du in Schwierigkeiten damit? Und ich, nein. Also, ich hatte sie auch zwei Jahre lang nicht gesehen gehabt. Sie meinte, du kommst mich jetzt hier nach Venedig besuchen und ich habe einen sehr süßen Nachbar, den würde ich dir ja vorstellen. Und ich, ist das dein Ernst gerade? Ich habe mich gerade ja von ihr geoutet. Du möchtest mir jemanden antreten. Okay. Viel besser geht ja gar nicht. Ja, und dann zu dem nächsten Schritt war ja dieses Jahr meine Familie, also meine Eltern. Mein Vater, meine Mutter. Die müssten es definitiv erst mal verdauen. Aber meine Mutter hat den Schritt gemacht und sich gewagt. Und sie war diejenige, die mich auch beruhigt hat. Sie war auch diejenige, die auch gesagt hat, also wie kannst du sowas denken? Wir würden dich nicht mehr lieben. Dass du nicht mehr unser Sohn bist. Auf gar keinen Fall. Klar, natürlich schade, weil wir wohnen hier in so einem kleinen Umfeld, in so einem kleinen Dorf. Klar, man muss jetzt immer aufpassen, wenn irgendwelche gewisse Fragen von Nachbarn oder von Familienfreunden auch kommen. Meine Mutter war immer so ein Mensch, der sich so leicht beeinflusst. Aber die war irgendwie schon so vortrainiert von meiner Schwester, weil die sehr offen mit gewissen Themen auch gesprochen haben. Und meine Schwester hat sich irgendwie so mit eingeführt. Und meine Nichten auch. Dass es auch andere Möglichkeiten und andere Zuneigungen auf dieser Welt gibt. Und ich glaube, die war diejenige auch, die das so locker am Anfang auch aufgenommen hat. Damit hat sich auch mein Vater sozusagen durchgebrochen, damit er auch mal locker bleibt. Also der hat sich ein bisschen Zeit gelassen, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang habe ich mehr mit meiner Mama kommuniziert. Und der war aber immer auch dabei und war immer still. Wollte nicht kommunizieren, aber wollte immer am Gespräch irgendwie so still, also wie ein stiller Beobachter sein kann. Ja, okay. Ja, verstehe. Meine Mama stellte mir immer so zwischendurch Fragen. Oh, ich mache mir jetzt Sorgen. Warte mal, warte mal. Was für Sorgen machst du dir jetzt? Machst du dir jetzt Sorgen wegen der ganzen Corona-Lage oder machst du dir Sorgen, dass ich schwul bin? Ich musste immer so zwischendurch nachfragen. Sie meinte, ja, wie konnte dir das irgendwie so dir, ausgerechnet dir passieren? So ist ja meine Mutter. Sie ist in so einer Welt, wo sie dachte, dass das auch damals eine Krankheit ist. Und dann könnte man es irgendwie so besiegen, indem man irgendwie zum Arzt geht. Und da habe ich ihr gesagt, Mutter, sei mal jetzt wirklich mal ernst und sei mal ehrlich. Sei mal froh, dass ich mich selber akzeptiert habe und dass ich selber auch zu mir stehe. Und Leute mit so einem Background aus unseren Ländern oder irgendwelchen anderen religiösen Ländern hätten sich schon längst mal, glaube ich, mal umgebracht. Ich meine, du hast ja recht. Ja, da gehört ja so viel Stärke dazu. Also zu sich selber zu stehen, das schaffen ja viele Heteros nicht mal. Also ich sage einfach nur so. Und das ist ja ein riesen, riesen Schritt und zeugt ja auch von viel, viel Stärke aus meiner Sicht. Also da kann man ja eigentlich schon sehr stolz drauf sein, aus meiner Sicht, ja. Ich würde mich auch aus deiner Sicht, auch aus meiner Sicht auch natürlich da anschließen. Und da hast du vollkommen recht. Und ja, seitdem ist es alles im Moment wirklich, außer diesem Aspekt, wirklich super. Alles paletti. Klar, also wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit auch über das Ganze auch kommunizieren. Aber Hauptsache, ich bin ehrlich zu meiner Familie. Ja, aber da glaube ich, dass dir da ein großer Stein vom Herzen gefallen ist. Und wenn diese Sendung jetzt, sage ich mal, so ein bisschen der Einstieg dazu war, hat das ja sehr, sehr viele positive Dinge mit sich gebracht. Auch wenn es jetzt nicht die große Liebe mit sich gebracht hat. Aber für viele hat es vielleicht gar nichts mit sich gebracht. Du hast auf jeden Fall was mit rausgenommen. Es ist eigentlich dieses, also so wie ich das gesehen habe, der Gewinner, die sind noch zusammen, oder? Der Prinz und der Gewinner. Also zumindest auf Instagram. Was ich nur so mitbekommen habe, dass die sich jetzt Anfang November getrennt haben. Ah, okay, dann war ich vielleicht auch. Also ich habe nur auf den Instagram geschaut und habe dann Couple-Bilder oder halt Bilder mit beiden gesehen. Da dachte ich so, okay, alles klar. Weil man kennt es ja so von den ganzen anderen Sendungen. Das dauert dann immer ein paar Monate und dann verkünden sie offiziell ihre Trennung. Nee, also die haben sich, glaube ich, jetzt nach einem Jahr getrennt. Und meine beste Freundin aus Berlin hat immer alles so mitverfolgt und hat mich immer so informiert. Und von ihr weiß ich, dass die sich getrennt haben. Ah, okay. Keine Ahnung, was jetzt so weiter mit dem passiert ist. Aber ja, die haben sich getrennt. Okay. Okay, aber um das Thema mit der Sendung noch mal kurz abzuschließen. Also mit Martin haben wir geklärt, wie das zustande kam. Und dann war es so, dass du dich entschieden hattest, das hast du ja schon auch gesagt, die Show zu verlassen. Und der Martin wurde dann ja von dem Prinzen vor die Wahl gestellt. Möchte er da bleiben oder möchte er mit dir gehen? Und dann ist er mit dir gegangen. Also es hat auch in der Sendung zumindest so einen Anschein gemacht, als wäre er sehr angetan von dir, sag ich mal. Und dann seid ihr zusammen gegangen. Und ich sag jetzt mal als Paar, so wurde es zumindest dargestellt. Und dann gibt es eben dieses eine Video auf YouTube, das ich gesehen habe, wo die ganzen Kandidaten noch mal am Ende zusammenkommen. Und da hat sie auch ein bisschen geknatscht. Und da wurde dir dann vorgeworfen, dass du kurz nach der Sendung eben den Martin geblockt hattest und auf irgendwelchen Dating-Apps unterwegs warst, bla bla bla. Jedoch Sprachführer dieser ganzen Diskussion war ja eigentlich eher dieser Sam, der da so ein bisschen Partei für den Martin ergriffen hatte. Und ja, da wollte ich jetzt noch mal, die Frage musste kommen, ist klar. Okay, alles gut, ich habe kein Problem damit. Ja, also das ist ja, glaube ich, so das. Ich habe da auch die Kommentare drunter gelesen unter dem YouTube-Video. Da wurdest du natürlich auch kontrovers diskutiert, sage ich mal. Viele haben sich dann eben auf die Seite von diesem Sam oder beziehungsweise Martin geschlagen, obwohl sich Martin selbst ja eigentlich sehr neutral geäußert hat, in meinem Empfinden jetzt. Die Hetzerei ging ja eigentlich eher von dem anderen Herrn aus. Aber wie würdest du denn das noch mal beschreiben? Was ist denn da dann vorgefallen nach der Sendung, als ihr gegangen seid? Einfach noch mal aus deiner Sicht. Ja, aus meiner Sicht, ja, wir sind ausgestiegen, wurden zum Hotel gebracht und ich war da eigentlich derjenige, der Martin gefragt hat, ob wir jetzt die Nacht zusammen verbringen werden. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber Martin war auch derjenige, der sich zurückgezogen hat und meinte, ich würde lieber dann diese Nacht alleine mit mir selber verbringen. Okay, ich habe ihm auf jeden Fall diese freie Wahl auch gelassen. Ja, also wir sind ja ausgestiegen, so wie es ja ausgestrahlt wurde, als Paar waren wir ja noch nicht. Also wir beiden waren sehr voneinander auch angetan und wollten zumindest diese neu entstandenen Gefühle auch angehen und versuchen tatsächlich, dass es was aus uns beiden wird. Dann in kürzester Zeit waren wir zu Hause. Also ich war in Köln, er in Hamburg. Dann habe ich ja mit einer Freundin mich entschieden, zusammen nach Hamburg zu fahren. Dann sind wir nach Hamburg gefahren, um auch ein paar Freunde da zu besuchen. Und klar, ich habe es auch verkündet, der Martin, dass ich nach Hamburg komme. Es wäre natürlich nicht schlecht, dass man sich auch sieht und schaut jetzt, wohin mit uns beiden. Ja, da habe ich ja gemerkt, dass es kamen irgendwelche Ausreden immer seinerseits und er Dinge verstanden hat, wie er die verstehen möchte. Da wollte ich mich sowieso nicht mehr vertiefen, weil wenn solche Sachen vorkommen, also ich äußere mich schon ein, zwei, drei Mal, aber wenn ich selber auch spüre und merke, dass es nicht so viel von der anderen Seite auch kommt, dann möchte ich auch nicht mehr irgendwie meine Zeit investieren. Und im Grunde genommen, da waren wir etwas mal angezangt, wir beiden, obwohl ich da schon fast fünf Tage lang in Hamburg war und er wollte sich einfach die Zeit nicht wirklich für mich finden und wenigstens für eine Stunde miteinander kommunizieren. Es war immer so alles online, was mich persönlich total auch abgetönt hat. und da habe ich mich entschieden, jetzt kommt es ja auch zu dem nächsten Punkt von deiner Frage mit geblockt sein etc. Und was natürlich viele nicht wussten und da sind jetzt Details, die zum ersten Mal jetzt in die Öffentlichkeit kommen, was ich gerade so überhaupt mal erzähle, da habe ich mich tatsächlich angemeldet auf dem jeweiligen Dating-Portal und habe ein Profil erstellt, natürlich ohne mein Gesicht zu zeigen. Es hat ja nicht mal zehn Minuten gedauert, bis ich Screenshots bekommen habe, zugesendet von dem jeweiligen Herr und mit irgendwelchen Vorwürfen, aber im Endeffekt, das war auch eine Falle von mir, um mir selber was zu bestätigen. Somit habe ich das auch so wie möglich und schnellstmöglich abgeschlossen, mich verabschiedet, ihm auch alles Gute gewünscht und dann geblockt, weil ich bin ein Mensch, wenn er sich zu irgendeiner Sache entscheidet und zwar bin ich da auch sehr konsequent mit meinem Gegenüber und mit mir selber, egal ob ich mich dann auch im Nachhinein selber verletze, was viele vielleicht sich nicht als Fragen stellen, aber ja, ich bin nicht nur irgendwie so als ein Macho oder ein Mann aus Stahl oder keine Ahnung, wie ich da so präsentiert wurde, sondern ich bin auch ein Mensch, ich habe auch Gefühle und ich zeige meine Gefühle, wenn ich die zeigen möchte, muss die jetzt nicht überall unbedingt zeigen, aber zumindest die Menschen, die mich wirklich sehr gut kennen, die wissen auch, dass ich habe auch weichen Seiten und ich zeige die dann, wenn ich wirklich mich mal fallen lassen möchte und wenn ich auch diese Sicherheit habe von, nicht habe, meinte ich vorhanden von Freunden oder von meinem Gegenüber oder vom Partner, dann müsste ich die auch nicht mal zeigen, weil am Ende würdest du da nur verurteilt. Ja und somit hat sich das Ganze auch für mich erledigt. Also wir waren nie ein Paar mit Martin, wir haben es auch nie geschafft, ein Paar zu werden. Da hatten wir definitiv Meinungsverschiedenheiten und es war auch die beste Wahl, dass jeder auch seinen einzelnen Weg geht. Okay. Ja, aber für mich jetzt als Außenstehender relativ schlüssig das Ganze. Was aber auch noch im Nachhinein passiert ist, weil wir hatten ja ungefähr einen Monat, Monat und halb glaube ich, ja keinen Kontakt mehr und als es dann zu dieser Wiedersehen-Show kam, da hatten wir wieder den Kontakt aufgenommen, haben mit Martin, also ich habe den Kontakt mit ihm aufgenommen, wollte dann, wenn man diese Zeit auch gebraucht hat, einfach mich nur entschuldigen und mit Gutem von ihm abschließen. Was ich auch merkte, dass es dann versucht wurde, irgendwelche Informationen von mir, das war so eine kleine Testphase. Deswegen habe ich auch nicht wirklich auch alles erzählt, was ich vorher hatte, aber das, was ich erzählt habe, plötzlich ist es auch bei dem jeweiligen Herr auch gelandet und wer hat es natürlich erzählt. Ja, man weiß es, wer das war und bei der Wiedersehen-Show wurde mir schon alles klar, was die ganze Konstellation auch war, warum das auch gemacht wurde. Deswegen habe ich mich ganz neutral und so still verhalten, bis es nicht mehr geht, weil das Ganze mich einfach wirklich nicht mehr gebockt hat. Das war mir einfach zu viel Drama, das war mir einfach zu viel Geläster, das war mir einfach zu viel Intrigen und im Endeffekt habe ich dann gesagt, okay, ihr könnt mich alle machen. Ja, muss man einfach manchmal auch machen. Ich hätte angeblich einen Manager haben sollen, ich wäre berühmt wie Heidi Klum etc. Genau, die ganzen Sachen habe ich natürlich auch gesehen. Aber ich denke, da ist eben viel Zündstoff auch aufbereitet worden, um eben natürlich da ein bisschen Drama zu provozieren, denke ich. Aber ja, ich fand auch, also ich muss ja sagen, ich bin ja wirklich ein neutral behafteter Mensch. Ich habe das ja total objektiv mir mal angeschaut und du warst ja da auch in dieser Wiedersehensshow sehr, sehr, sage ich jetzt mal, souverän, wie du dich dadurch, also im Gegensatz zu anderen, die da richtig aufgedreht haben. Ja, ich hätte angeblich da auch eine Rolle. Mein Manager hat mir ja gesagt, mich so zu verhalten. Stimmt, ja. Der gute alte Manager. Ja, okay. Aber Moment mal, Moment mal, da muss ich etwas sagen. Also Leute, was soll denn wirklich das, wenn man, sagen wir, zum ersten Mal in dieser Branche einsteigt. Manager hatte ich ja nie gehabt, aber ich hatte jemanden, der mir nur gute Tipps auch gegeben hat. Ah, du meinst, ein Freund von mir. Und wenn ich so einen Freund habe, der auch als Mentor von mir angesehen wird, oh mein Gott, was sind das für Geschichten? Wie entstehen solche kranke Geschichten? Was für ein Hirn kann denn solche Geschichten produzieren? Das ist einfach nur so ein Appell für mich an die Öffentlichkeit und an die Menschen, nicht immer von irgendwelchen solchen kranken Gehirnen zu glauben, weil man muss erst mal der Hintergrund wissen, warum, weswegen und so weiter. Aber naja, da möchte ich mich jetzt nicht wirklich mal so vertiefen und einsteigen in ein komplett das andere Thema. Ja, aber ich denke, ich finde, das ist trotzdem ein schönes, ich nenne es jetzt noch nicht Schlusswort, weil wir sind noch nicht am Schluss, aber es ist ein Schlusswort zu, ich sage mal, diesem Prinz Charming Kapitel. Ich denke jetzt, also für mich ist es sehr viel nachvollziehbar, wie das abgelaufen ist, so wie du mir das erklärst. Und es wird immer Leute geben, die das anders sehen, die das vielleicht auch, weiß ich nicht, anders zusammenschneiden, um es anders zu kommunizieren. Also damit meine ich nicht den TV-Sender, sondern allgemein. Allgemein, ja. Die Eindrücke einfach, die man von dir so erhält. Weißt du, ganz kurz würde ich noch mal was sagen, wenn wir noch Zeit haben. Ja, wir haben Zeit. In den letzten 15 Jahren, weil ich bin ja ungefähr seit 15 Jahren in Deutschland, was meine Erfahrung ist, da, wo ich immer irgendwie so aufgetaucht bin oder jemanden nicht, die Aufmerksamkeit geschenkt habe oder nicht mal irgendwas gemacht habe, ich habe immer irgendwie meinen Namen so involviert gehört und dann habe ich mich gefragt. Irgendwann, okay, also das ist irgendwie normal hier. Also egal, ob ich irgendwas mache oder nicht, ist es normal. Ich bin immer irgendwo mittendrin involviert, ob ich es will oder nicht will. Kein Mensch fragt dich. Also habe ich schon damit dran gewöhnt. Also kein Ding. Aber bei den Schwulen unter sich in dieser Community, weil Schwulen mobben sich sowieso auch untereinander, nur weil der eine so besser aussieht und der andere etwas hübscher ist oder hat, keine Ahnung, einen besseren Körper oder das Aussehen so wirklich so verzaubernd ist und einer dich mitnimmt oder du siehst dann total anders aus, du entsprichst ja nicht meiner Wünsche oder du entsprichst ja auch nicht das Aussehen. Deswegen mobben sich auch Schwulen gegenseitig auch damit. Bisschen mehr Drama. Sehr viel Drama auch und diese Community ist auch irgendwie unterteilt, so wie man es auch bei den Kandidaten auch sieht, dass es sehr viele verschiedene Charakteren und sehr viele verschiedene Männer an sich sind, die sich auch manche so maskuliner auch präsentieren, manche sind eher so konzentriert auf dieses maskuline Mitfeminismus auch oder Drag oder was weiß ich noch. Hey Leute, es gibt ja für jeden auf dieser Planeten noch, aufgrund der aktuellen Lage, aber mit Humor natürlich, es gibt ja für jeden Menschen auch einen Platz auf dieser Welt, egal ob es mal von der Rasse her ist, von der Farbe her ist oder von der Zuneigung her ist, hey, wir sind alle Menschen und jeder hat es verdient, auch sein Leben so zu führen, wie man es möchte. Definitiv, ja. Das stimmt allerdings, ja. Oh, da steige ich mich ein bisschen rein. Alles gut, alles gut. Nee, aber es ist auch mal wichtig auszusprechen. Also ich meine, das Thema, es ist ja nicht das erste Mal, dass solche Themen thematisiert werden, sage ich mal, aber ich denke, es ist immer noch, vor allem in vielen Ländern auch noch, wie du selber sagst, ist es noch so eine Art Tabuthema oft oder eben wird eben, weiß ich nicht, als Krankheit angesehen oder was auch immer, da alles an Mythen rumschwirren und ich denke, es ist definitiv noch die Zeit, das kann man nicht oft genug sagen. Deswegen zumindest die schwule Community weltweit, zumindest in den Ländern auch, die etwas dafür gekämpft haben und diese Community das geschenkt haben und jetzt diese Möglichkeiten gegeben haben, was wir ja vor 20 oder vor 30 Jahren nicht hatten, heutzutage müssen wir darauf stolz sein. Ja. Ja, definitiv. Dass wir endlich auch normal betrachtet werden, dass wir auch Menschen sind und wir auch mal normale Rechte haben wie die anderen ganz normalen, heterosexuellen Menschen. Ja, natürlich. Also da gibt es nichts entgegen zu sagen, würde ich mal behaupten. Aber da steige ich jetzt eigentlich auch fast schon in der Überleitung ein, weil zu dem Thema Homosexualität, wie ich gerade gesagt habe, das ist oft auch einfach noch so eine Zone, wo auch gar nicht so viel einfach kommuniziert wird vielleicht manchmal, zumindest nicht an den Heterosexuellen oft, weil man sich vielleicht auch nicht oft traut, Dinge zu fragen oder man weiß nicht, ob das unangebracht ist, jemanden zu fragen, aber trotzdem interessiert es einen irgendwo. Und wir haben ja hier eine harte Hörer-Community von unserem Podcast und wir sind ja, ich weiß nicht, ob du schon mal so ein bisschen auf unser Profil geguckt hast, wir sind ja auch so eine kleine Truppe und haben da mal einige Fragen einfach, die uns einfach in den Sinn gekommen sind, zusammengetragen. Und ich würde dich jetzt einfach mal ein paar Fragen, du musst das nicht, wenn du nicht beantworten willst, alles gut, aber, ja, alles gut, aber das können sicherlich, das können sicherlich auch richtig dumme Fragen sein, weißt du? Also das können sicherlich Fragen sein, wo man einfach so denkt, so ja, was will denn jetzt der Hetero wieder von mir? Aber es sind einfach Dinge, wir haben ganz normal gefragt, was würdest du gerne mal wissen? Hast du Bock drauf? Ja, also klar, das habe ich auf jeden Fall, aber ich bin jetzt hier nicht der Experte und falls es irgendeine Frage... Nee, es geht ja auch um dich, also du kannst es ja aus deiner Perspektive sagen, die muss ja nicht allgemeingültig sein. Okay, also wenn es aus meiner Perspektive ist, dann klar, aber trotzdem sage ich, ich bin ja kein Experte und trotzdem vielleicht kann ich jetzt nicht alles wissen. Nee, alles gut, ich lege einfach mal los, ich weiß auch nicht, ob die Fragen komplett bescheuert sind, aber, was viele interessiert, warst du, also hast du schon immer das Gefühl, homosexuell zu sein oder warst du schon, warst du am Anfang heterosexuell? Nein, tatsächlich hatte ich nicht immer das Gefühl, dass ich homosexuell bin oder werde oder ich wusste das am Anfang nicht, da ich ja auch eine Freundin hatte, überhaupt meine allererste Liebe und ich fand es echt nicht schlecht, also wenn ich jetzt das vergleiche mit Sex mit einem Mann und Sex mit einer Frau, ich finde, dass beide haben auch Vor- und Nachteile, okay, was ich für mich persönlich, aus meiner Sicht, nicht schön finde, also viele Heterosexuellen gehen ja davon ab, wenn die vielleicht Geschlechtsverkehr haben möchten und zwar nicht in den normalen Verkehr, wo Mann und Frau auch gehört, sondern auch vielleicht in andere Stellungen und was Neues auch zu probieren und dann denke ich mir, okay, wenn ein heterosexueller Mann eine Frau sich wirklich an ihren Hintern ran nehmen möchte, dann wofür braucht denn ein heterosexueller Mann eine Frau? Dann kannst du doch mit einem Mann anfangen. Zumindest das ist so eine Norm aus meiner Sicht, da bin ich eher etwas klassisch oder vielleicht habe ich zu viele Pornos geschaut, aber die Pornos sind sowieso etwas perverser. Ich glaube nicht, jede Frau ist so wirklich wie auf einem Porno. Nee, kann ich bestätigen. Ja, also, ja, ich hatte eine Freundin und... Okay, also du hattest auch schon Sex mit Frauen. Genau, und inzwischen, wo ich ja schon homosexuell geworden bin, inzwischen hatte ich auch, zwischendurch auch Sex mit Frauen gehabt. Okay, also du bist nicht, also du sagst jetzt nicht, mich, seitdem ich homosexuell bin, ekeln mich Frauen an oder sowas? Nee, sondern du findest sie, du kannst auch Frauen um noch attraktiv finden und vielleicht sogar Sex mit ihnen haben. Ja, tatsächlich, eine Frau müsste mich ja sehr viel auch anmachen, sozusagen. Oder, ich habe jetzt kein Idealbild von einer Frau, aber, was mir so an Frauen gefällt, ist, wenn die etwas mehr curvy sind im... Eigentlich, das ist schon der Trend hier bei den Frauen heutzutage, dass die nicht mehr so dünn sind, sondern so etwas curvy sind. Ja, okay, aber demnach schlussfolgere ich, also beziehungsweise, nee, ich schlussfolge nicht, ich frage dich, stehst du dann bei Männern eher auf weibliche Persönlichkeiten? Also es gibt ja, wie du selber gesagt hast, es gibt ja verschiedene Arten, wie man sich als Homosexueller, sage ich mal, so ein bisschen präsentiert und es gibt ja welche, die, sage ich mal, sehr maskulin rüberkommen, gibt aber auch welche, die sehr feminin rüberkommen. Wie ist das jetzt bei dir? Hast du da einen Typ? Also, dass du sagst, ich orientiere mich eher an Männern, die eher ein bisschen maskulinere Züge haben, weil ich auch große Sympathien natürlich auch zu Frauen habe oder ist das eher andersrum? Also, ich würde es jetzt so mitteilen, also, tatsächlich stehe ich auf Männer, die maskuline Ausstrahlung haben und auch ein maskulines Verhalten, aber ich finde, es ist auch nicht schlecht, sogar sehr interessant, wenn ein Mann auch nicht das innere Kind in sich auch vergessen hat und vielleicht manchmal so einen femininen Touch hat oder irgendeinen Gag oder so ein bisschen, weißt du, so verspielt ist, finde ich auch gar nicht schlecht. Das finde ich völlig in Ordnung und es soll sich auch dazu gehören, weil wir sind auch keine Roboter und wir können auch sich anders verhalten, so wie wir möchten. Ja, klar. Aber auf einem komplett femininen Typen, also mit solchen Zügen, habe ich tatsächlich meinen vollen Respekt dabei. Das zieht mich nicht an. Also, ich könnte es mir nicht vorstellen. Also, dafür würde ich lieber mit einer Frau ins Bett gehen. Okay. Würdest du dich selber als maskulinen Typ bezeichnen eher? Also, ich ja, aber ich bin jetzt nicht der volle Mega-Macho oder was. Vielleicht habe ich auch manchmal so feminine Züge oder irgendwie ein Verhalten so. Wenn ich ja so unter Freunden bin, glaube ich, das ist ja ganz normal. Oder ich habe selber ja eine Szene gesehen, da nochmal kurz so bin Charming, was ich so gesagt habe. Da fand ich mich jetzt auch nicht so mega maskulär, dass ich das so gesagt habe. Da dachte ich, oh mein Gott, wie konntest du das dir überhaupt zeigen? Aber nicht schlimm. Gehört auch zu mir vielleicht manchmal. ich habe auch Szenen gesehen, wo du am Pool diesen anderen angebrüllt hast. Da warst du auf jeden Fall sehr maskulin unterwegs. Also, diese Szene, wo ich den jeweiligen Herr angebrüllt habe, da war ich sehr, sehr, sehr zurückgehalten, muss ich ehrlich sagen. Okay. Weil ich bin normalerweise anders, wenn ich ja rot vor meinen Augen nur sehe. aber ich dachte mir, okay, da habe ich auch ein Image aus einem gewissen Respekt gegenüber meiner Firma und hatte immer die ganze Zeit auch im Kopf gehabt, auf gar keinen Fall irgendein beleidigendes Wort, wo du das später im Nachhinein bereuen wirst, im Fernseher. Okay, das war also noch nicht alles. Nee, das war überhaupt nicht alles. Das war eigentlich nicht mal ein Bruchteil davon. Okay. Was aber viele vielleicht auch empfunden haben als sehr aggressiv oder sehr cholerisch oder keine Ahnung, was ich gehört habe, solche Sachen. Ja, aber ich denke, also auf mich hat, also ich denke, das war aber auch einfach die Szene an sich, weil ich finde auch der andere Herr, das war für mich jetzt eher ein sehr maskuliner Typ, äh, Entschuldigung, eher sehr weiblicher Typ und eher so, Entschuldigung, ich musste gerade lachen, gerade wo ich Wasser trinke. Weil maskulin, feminin, ganz viele Fremdwörter auf einmal. Nee, also es war für mich eher ein weiblicher Typ, so als ich als Außenstehender und diese Szene war dann halt, du in deinem, du bist ja schon ein relativ breit gebauter Typ, ne? Also da war ich auf jeden Fall etwas mehr. Ja, und da war ich auch 107 Kilo. Ja, und da kann man, da wurde es auch so dargestellt, als hätte der, äh, ziemlich Respekt vor deiner Statur. Also ganz ehrlich, also hier geht es ja nicht um körperliche Gewalt, weil mit körperlicher Gewalt wirst du nichts erreichen, aber wenn ich das möchte, würde ich es tun, aber ich bin nicht der Typ dafür. Es sei denn, jemand provoziert mich so dermaßen und nicht aufhört, wenn ich zu einer gewissen Grenze, also dann kenne ich auch die Grenze nicht mehr. die Grenze hat ja denke ich jeder Mensch irgendwo, ne? Aber ne, ich meine einfach so, diese Szenerie war dann eben auch so gefilmt und so dargestellt, dass halt der große böse Wolf und das kleine Häschen so ein bisschen, so kam mir das zumindest vor. Okay, ne, aber da haben wir, da haben wir schon mal, schon mal ein paar Fragen geklärt. Was habe ich denn noch auf meiner Agenda hier? Ah ja, wie erkennt man, also wie würdest du sagen, wie erkennt man, dass der Gegenüber homosexuell ist, wenn er jetzt nicht offensichtlich, sage ich jetzt mal, total irgendwie weiblich oder homosexuelle Züge hat, sage ich mal, gibt es da einen Trick? Also erkennst du sowas gleich auf Anhieb oder hast du auch, wo du sagst, oh, da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der homosexuell ist oder sagst du, siehst du den und sagst safe? Okay, also da manchmal mit, Freundinnen diskutiere ich sehr oft, weil wir laufen, sagen wir jetzt so, also zu den normalen Umständen, sind wir in die Stadt gelaufen und so und eine Freundin so meint, oh, schau dir mal den Typen so an, guck mal, wie gut er aussieht und so und dann habe ich gesagt, ja, Schatzelein, aber der schaut dich nicht an, der schaut mich ja an. Wie? Wie? Der ist doch schwul. Wie erkennst du denn sowas? Ja, man sieht es beispielsweise an den Augen, was es aber manchmal man sich auch täuschen kann, weil heutzutage auch die heterosexuellen Männer gucken sich auch sehr viel von den Schwulen ab und deswegen ist es auch so, was entstanden wie metrosexuell. Metrosexuell ist ja nicht schwul, sondern es ist ein heterosexueller Mann, der sehr gepflegt ist und der auch sehr viel Wert auf sein Äußeren auch setzt und schauen sich auch sehr viel vom Styling oder wie manche so maskuline Schwulen sich auch so präsentieren und da kann sich man auch leicht täuschen, wenn man sowas denkt und sieht, dass einer schwul ist, aber bei manchen erkennt man tatsächlich sofort, es sind irgendwie so wie Antennen, das habe ich irgendwie so in mir und man sieht es sofort auch mal an. Also so einen siebten so einen siebten schwulensinn. Genau. Oder manchmal so Typen, ich hatte auch solche Kommentare gehabt von Typen, die mir auch geschrieben haben, dass sie eine Freundin haben und haben mich mit der Freundin bei der Sendung gesehen und hätten schon Bock drauf, mit mir eine heiße Nacht zu haben, weil sie mir gedacht haben, oh mein Gott, ey. Hast du schon mal Sex mit einem, also hattest du schon mal einen heterosexuellen Mann irgendwie was mit einem gehabt? Ja. Ja? Ja safe. Nee, aber das hört man ja, das hört man ja wirklich oft, dass das relativ oft passiert. Ich habe auch ein paar homosexuelle Freunde und die machen sich da manchmal wie so eine Challenge draus. Die finden das lustig. Aber das heißt lustig, aber das ist für die wie so eine Challenge, wenn sie einen, sage ich mal, attraktiv finden, der aber heterosexuell sind, dann setzen sie sich immer so ein bisschen als, manchmal als Challenge, den rumzukriegen. Und manchmal, also es gelingt öfter, als man jetzt vielleicht mal erst mal zu vermuten mag. Würdest du das bestätigen? Tatsächlich würde ich das nicht bestätigen. Das ist wahrscheinlich so eine Clique, die sich so als Challenge, sowas als Ziel setzt. Also nicht die Challenge bestätigen, sondern, sondern dass es mehr heterosexuelle Männer gibt, die sowas mal ausprobieren wollen, als man vielleicht denkt als heterosexueller Mann. Das ja. Das meinte ich. Das meinte ich auch. Also es gibt da sehr viele, die einfach diese Neugierde haben. Und es muss ja nicht heißen, dass die schwul sind oder dass die schwul werden. Aber die haben einfach so diese Begierde, sowas auch zu probieren. Und ich finde es einfach ganz normal, ganz legitim, wenn man so viel Lust auf sowas hat, dann probiere es mal aus, dann weißt du wenigstens, wie es ist. Und dann musst du dir nicht immer diese Gedanken machen, wie ist es da, das zieht mich ja voll an. Und da kann man dann schon feststellen, okay, ist das was für mich? Dann kann ich schon direkt auf das andere Ufer umsteigen. Ja, ja. Aber viele machen es einfach so aus Neugier, weil die wirklich wissen wollen, wie es mit einem Mann ist. Ja, klar. Also ist ja auch verständlich. Aber ja, wie gesagt, es ist halt immer so eine, man hört es halt öfter so, dass bei vielen, gerade die, die vielleicht oft so wettern, so, ja, ja, niemals und sowas, ne, dass das schon oft, sag ich mal, Heterosexuelle dann doch dazu neigen, mal was auszuprobieren. Ja, klar. Also bei mir, in meinem Fall war es so, dass es auf so einem Fitnessstudio war, jemand hat mich immer so überachtet, was ich aber nicht wirklich so in Betrag genommen habe. Also ich habe nicht wirklich mal die Person mal gesehen. Im Endeffekt wurde ich danach auch mal wieder durch eine Social Media auch angeschrieben und es war ein langes Hin und Her, bis ich irgendwann die Schnauze voll hatte und habe einfach demjenigen provoziert, dass er einfach nur so eine Angsthase ist. Und dann hat er das Auto genommen und ist aus einem sehr weiten Ort zu mir nach Hause gefahren. Und da war ich einfach erstaunt, wie neugierig er war und wie aufgeregt er war, weil ich habe ja gesagt, du bist jetzt nicht hier, dass wir irgendwas für ein Porno drehen und wir machen auf gar keinen Fall also gar nichts, was du nicht mal möchtest. Also das bin ich ja nicht als Person. und ich hatte nur einmal gesagt gehabt, okay, fühl dich einfach so wie zu Hause, entspann dich und wir schauen so, wie es wird. Und auf einmal, ich war ja nur kurz, bin ich auf die Toilette gegangen, kam ja zurück, er hat sich ja komplett ausgezogen, war unter der Denkung, bitte, was machst du denn da? Bedeutet das für dich? Mach dich ja frei, wenn ich dir sage, mal fühl dich wie zu Hause. Wie im Film, du kommst wieder rein und er hat sich schon auf dem Bett posiert. Aber ganz ehrlich, es war so. Jetzt weitere Details möchte ich jetzt nicht angehen. Alles gut, alles gut. Lassen einfach die Leute sich irgendwas ausdenken. Ja, okay. Aber hey, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Jetzt wird es ein bisschen, zum Ende hin wird es nochmal delikater. Und woher weiß man, also oder weiß man es überhaupt, woher weiß man, sage ich mal, wenn zwei Homosexuelle Sex haben, wer quasi vorne und hinten ist? Also gibt es da, gibt es da irgendein ungeschriebenes Gesetz? Oder ist es eher der weibliche Part, der quasi vorne ist? Oder ist es immer abwechselnd? Oder, also gibt es da überhaupt eine Regel, in Anführungszeichen? Merkt man das irgendwie oder passiert das einfach? Ja, das sind richtig dumme Hetero-Fragen, ich weiß. Aber die sind uns aufgekommen. Im Grunde genommen gibt es nicht wirklich eine Regel. Also da bespricht man dann schon, also wenn es nur um eine reine Sexgeschichte geht, die Gespräche, die überhaupt mal stattfinden, auf Internetplattformen, Portalen, Apps etc. sind ja, was ist denn dein Part? Bist du, bist du der Aktive? Bist du der Passive? Man passt es ja auch mal an, was es auch mal, nicht mal bedeuten kann, dass zwei Aktive, also der, der Aktive ist derjenige, der die ganze Arbeit macht und der Passive ist derjenige, der einfach, ähm, der empfängt die Arbeit. Okay, danke für diesen Ausdruck. Ich wollte sagen, derjenige, der seine Garage offen lässt. Oder so. Ich glaube, man versteht beides. Oh mein Gott. Ja, genau. Also was ich sagen wollte ist, das ist aber nicht scheiße, es sind auch zwei Aktive, äh, nicht mal Spaß miteinander haben können. Klar, natürlich können die haben, aber, ähm, bis zu einer gewissen Grenze, ähm, Seiden, äh, die holen sich vielleicht auch einen Dritten, Dritten, der dann derjenige ist, der dann wieder sich dazu lässt, um das ganze Geschäft mal fortzuführen. Okay, aber gibt, gibt es, gibt es, die sagen, ich mache nur passiv und ich mache nur aktiv? Ja, das gibt es tatsächlich, das gibt es tatsächlich, es gibt ja klaren, ähm, Rollen sozusagen, von Schwulen, der eine fühlt sich wirklich, der, der der Powerbottom ist, also derjenige, der der nur passiv ist und möchte nur passiv sein, ähm, oder nur aktiv, oder es gibt natürlich auch, äh, das sogenannte, ähm, Averse, also Versatile, wie das heißt, äh, das heißt, man kann auch beides, wenn man Lust hat dazu, ähm, ja, also so viele verschiedene, äh, von Sex. Ja, aber da sind wir schon mal schlauer, auf jeden Fall, ja, also das sind, das sind halt so Sachen, die fragt man halt nie, ne, also das ist halt so, ich weiß auch nicht, es interessiert irgendwie jeden, aber keiner fragt so direkt nach, aber ich finde das ja total interessant, weil es ist ja auch eine ganz normale Sache, also die Fragen kannst du auch alle in einem Hetero-Pärchen stellen, nur dass es halt irgendwie mehr davon gibt wahrscheinlich, ne. Oh du, äh, ich hatte einmal eine Story von einem Hetero-Bekannten, der mir erzählte, der wollte das ausprobieren, dass seine Freundin einfach so einen Gürtel anzieht und sie ihn wirklich ran nimmt und er meinte, ich hab's genossen. Ja. Okay, wenn es deins ist, ja, bitteschön, ja, bitte. Okay, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir noch mal zu einer, der letzten, delikaten Frage. Was heißt delikat? Aber auch, was uns auch, was wir uns auch gefragt haben, muss man sich für, oder sollte man sich für Analverkehr irgendwie besonders vorbereiten? Also man hört ja immer wieder, irgendwelche Duschen zu machen oder irgendwelche, was ich auch gelesen hab, bestimmte Dinge zu essen oder nicht zu essen, hab ich auch gelesen. Was hast du denn gelesen? Dann stelle ich dir die Frage jetzt mal dir vor. Was hast du denn gelesen? Ich weiß nicht mehr, was genau das für Zutaten waren, also das müsste ich jetzt noch mal, müsste ich noch mal ergoogeln, aber ich hab auf jeden Fall gelesen, dass das gewisse, dass da gewisse Ernährung, also ich weiß nicht mehr, was war denn das irgendwie, da gab es irgendwas mit Trockenobst und was weiß ich, das dann halt irgendwie quasi, ich nenn das jetzt mal, der Kanal sauberer bleibt. Ich weiß aber nicht, ob da was dran ist, also das war in so einem komischen Forum, was auch immer. Deswegen, muss man, also, gibt's da irgendwie auch so eine ungeschriebene Regel, was man davor so macht? Oder macht man da gar nichts? Also ich kann nur sagen, dass alleine von der Frage her kann man schon logisch denken, dass würdest du beispielsweise jetzt, wenn du jetzt mal vorhast, okay, heute Abend mit meiner Freundin werde ich Geschlechtsverkehr haben, aber davor gehe ich jetzt, zwei Stunden oder eine Stunde davor, gehe ich mal fett bei McDonalds, mir Chicken Nuggets 20, Chicken Nuggets holen und mich mit Fett stopfen da. Und selbst wenn du weißt, dass du der Aktive bist, würdest du dann mit vollem Bauch auch Geschlechtsverkehr haben wollen mit deiner Freundin? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Genau so ist es auch, wenn einen Passiven, der weiß, er würde oder möchte heute auch Sex haben. Allein aus dieser Sicht würde er natürlich eher mehr, weniger essen oder sich so mental auch vorbereiten für den ganzen Tag und für diese ganze Prozedere. Und natürlich, klar, also das ist jetzt kein Geheimnis, und selbst Frauen haben solche Duschen und auch für Männer. Das heißt ja, die sogenannte Anal-Dusche mit warmem Wasser und jetzt so ein Rohr, man schiebt es einfach rein. Natürlich auch nicht so, wie ich es gesagt habe, sondern etwas zart. Und ja, spürt sich halt. Ja, okay, aber jetzt, man macht da jetzt keine, keine Riesen, was weiß ich. Ich meine, da gab es wirklich die wildesten, ich kann das nochmal googeln für dich, wenn du willst, aber es gab die wildesten Sachen, was da alles für Prozesse ablaufen davor. Ich meine, es gibt es vielleicht sicherlich schon von irgendjemand mal, aber es hat irgendwie halt interessiert, ob so im Normalfall da eben viel mehr passiert, außer eben natürlich die Anal-Dusche, die man natürlich, wie du sagst, auch von Frauen kennt. Also es kam ja auch, Analverkehr ist ja jetzt nichts nur Homosexuelles. Ja, aber Moment, Moment, es gibt ja nicht nur das, es gibt auch die sogenannten entweder Medikamenten oder Gels, die dazu führen, so wie ein Einlauf sozusagen. Aha, okay. Und klar kann es sein, dass es auch etwas schmerzhaft ist, aber auch ungesund würde ich es bezeichnen für Magenflora und für das Ganze auch dahinten. Also dann Chemie wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise. Genau, genau. Also nie gut. Meistens nicht gut. Meistens nicht gut, ja. Okay, aber dann haben wir uns ja schon durchgekämpft durch die delikaten Fragen. Also es ist sehr aufschlussreich auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte. Ja, aber reicht ja aus deiner Sicht. Also das muss ja wie gesagt nicht jetzt für alle gelten auf diesem Erdball. Aber ja, wie gesagt, manchmal ist es einfach so, gerade weil es eben oft noch so ein Thema ist, wo sich vielleicht dann viele irgendwie nicht so trauen nachzufragen oder so, fand ich das jetzt voll interessant einfach. Ja, ich habe auch, also ich gucke gerade noch mal auf unsere gesammelten Fragen. Ich habe noch eine. Je größer, desto besser, Fragezeichen, würdest du das sagen? Oder in deinem Fall nicht? Also, gibt es da, gibt es, also sagen wir es mal so, gibt es da auch solche Präferenzen bei vielen, die sagen, ja, der muss schon groß sein oder, also bei Frauen ist es ja oft so, oder man sagt es zumindest, ne? Du, ich glaube, das ist die typische Klischee, ist das bei Homosexuellen auch so, oder ist es da eher wurscht? Ich glaube schon, also je nachdem, was für ein Typ man ist und was für Wünsche und Vorstellungen und Erwartungen man auch hat, also glaube, das ist auch sehr unterschiedlich, ne? Also ich kann jetzt nicht, weder es so zu verallgemeinern oder auch aus meiner Sicht jetzt sagen, sonst wird das irgendwie so blöd klingeln, aber ich glaube, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Okay, ja, gut. Ja, ich habe gesagt, das ist jetzt nur meine Meinung dazu. aber die wollen wir ja auch hören. Die wollen wir ja auch hören. Ja, cool, also ich, supernices Gespräch, also ich, ich bin so viel, so viele schlauer und, würdest du jetzt nochmal, nochmal ganz kurz, um auf Prinz Charming zurückzurudern, könntest du dir vorstellen, nochmal bei so einer Sendung in so einer Art mitzumachen oder sagst so, oh, das war jetzt eine Erfahrung, aber nee, danke. Also meinst du so ein Dating-Format oder so? Ja, irgendwie, genau, so ein Dating-Format, da gibt es ja etliche, verschiedene Geschichten, also ich habe jetzt gesehen, dass dieser, also ich habe echt nur oberflächlich recherchiert, aber dieser Martin, habe ich gesehen, ist jetzt wieder in so einer Sendung mit seinem Partner, Couple Goals oder wie heißt das? Couple Show, Couple Challenge, glaube ich. Du, keine Ahnung, also da, irgendwie so eine Sendung habe ich eben gesehen auf seinem Instagram, also das heißt, dass ja quasi daraus auch so eine Art in Anführungszeichen Karriere entstehen könnte oder Trittbrett, um auf weitere solche Shows rein oder in weitere solche Shows reinzukommen. Würdest du da für dich sagen, hast du Bock drauf oder wo du sagst, so nee, war eine Erfahrung wert, aber muss jetzt nicht unbedingt sowas wieder sein? Also ja, es war die Erfahrung wert und ich habe auch die Zeit gebraucht, alles zu verarbeiten und auch an mir selber zu arbeiten. Klar, also wenn es eine Sendung ist, die auch meine Interesse weckt, würde ich jetzt nicht Nein sagen, aber nur aufgrund dessen für Kapital und um berühmt zu werden, für sowas möchte ich es nicht machen. Außer deinem Manager sagst dir. Genau, außer meinem Manager sagst dir, oh Gott, ich habe halt nicht mal seine Nummer mehr, ich muss dann wieder kontaktieren oder irgendwie aus dem Katalog die Nummer aussuchen. Oh Gott, bin ich jetzt lost. Die finden wir raus, ich helfe dir. Okay, sehr gut. Nee, cool. Oder ich suche mir ein neues Management, hey. Hey, oder ein neues Management, an alle da draußen. Ja, klar. Falls ihr Manager seid, Kirill sucht noch einen Manager oder zwei am besten. Ganz genau und ich möchte nicht wie Heidi Klum, sondern wie Giselle Bündchen berühmt werden, weil sie hat wenigstens längere Beine. So, jetzt kommt das Drama, jetzt kommt das Drama. Auf jeden Fall, du bringst mich wirklich zum Lachen. Ja, sehr gut. Sehr gut, dann haben wir wenigstens Spaß hier im Podcast, das ist doch super, das ist doch besser als so ein langweiliger. langweiliger Scheiß. Perfekt. Ich glaube, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man auch das Ganze ganz locker aufnimmt und Spaß hat, klar. Das ist ja auch unser, auch so ein bisschen das Konzept unseres Podcasts, also das soll, wie gesagt, gar kein so ein Interview sein oder sowas, also so den Charakter so richtig haben. Klar arbeitet man dann so ein paar Fragen auf, die man sich vorher überlegt hat, aber es soll einfach so ein lockeres Gespräch sein, so irgendwie Themen, die einfach interessant sind und ich fand das jetzt super, super interessant. Also wir sind jetzt ja schon laut meiner Uhr schon über anderthalb Stunden, oje, oje. Wir haben uns ja wieder richtig verquatscht. Ja. Ich habe überhaupt nicht mal gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Ne, das verging wie im Flug hier. Tatsächlich. Ne, wir sind jetzt schon bei 95 Minuten, glaube ich, aber ja, also ich habe auch nichts mehr auf der Agenda. Also ich bin wunschlos glücklich. Alles, was wir erfahren wollten, habe ich erfahren und wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann auch die Zuhörer. Ja, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Also irgendwie so wurde ich sehr gut aufgenommen und sehr schön auf Anlag für die Ganze und das freut mich. Ich habe mich irgendwie so die ganze Zeit so ganz locker gefühlt, obwohl ich ja kurz vorm Interview dachte mir, okay, muss ich jetzt irgendwie so angespannt sein? Ne, wofür? Ne, überhaupt nicht. Wir sind ja gechilltes Völkchen. Ja, wenn wir mal, wenn, wenn wieder mal endlich hier diese ganze Corona-Kacke mal so ein bisschen wieder abflacht, dann gehen wir mal irgendwie, wenn die Festivals wieder anfangen oder so, vielleicht können wir dann mal als die ganze große Truppe mit Lili oder so mal einen drauf machen. Wäre bestimmt lustig. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, weil ich war mit Lili schon unterwegs. Wir waren in Bangkok unterwegs und das war wirklich mega geil. Super geile Zeit, mega geile Erfahrung, auch geile Mucke. Also das muss man auf jeden Fall machen und muss es wiederholen. Safe. Ja, Lili war mit uns auch in Kroatien und das war super lustig. Das war richtig, richtig lustig. Also das, das müssen wir uns auf jeden Fall auf der Agenda behalten, wenn das wieder möglich sein sollte. Ich hoffe, das ist bald wieder der Fall. Okay, Kirill, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von dir. Ich glaube, wir haben echt eine interessante Sendung zusammenbekommen und ich freue mich auf die Ausstrahlung und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Erstmal vielen Dank nochmal für die Gelegenheit, dass ich ein Teil davon sein durfte. Sehr, sehr gerne. Danke dir für die Zeit und an allen da draußen und auch an euer Team möchte ich einfach ein frohes Fest bald wünschen, weil bald ist ja Weihnachten. Stimmt, ja. Dann haben wir bald auch das neue Jahr und wir möchten auch das Jahr 2020 so schnell wie möglich uns davon verabschieden und natürlich wünschen uns alle, dass es einfach das Jahr 2021 ein besseres Jahr wird. Und es wird so sein. Wir haben laut chinesisch im Horoskop das Jahr 2020, das Jahr der Ratte. Es ist jetzt nicht unbedingt, auch wenn es Corona nicht gäbe, wäre nicht das beste Jahr gewesen für viele Menschen auf der Welt. Aber wir hoffen nur auf das Beste und man sollte auch an das Gute noch glauben. Wenn das nicht ein wunderbares Schlusswort ist. Vielen Dank. Also ich habe mich jetzt so wirklich so inspirierend gefühlt und dachte mir, okay, soll ich es ja mitteilen. Das Jahr der Ratte wird bald vorbei sein. Das sind doch mal gute News zum Ende eines Podcasts. Auf jeden Fall finde ich auch. Danke dir nochmal für die Zeit. Ich habe zu danken. Bleibt gesund alle und ich freue mich dann auch auf die Ausstrahlung. Kirill, mach's gut. Mach's auch gut, mein Lieber. Ciao, ciao.